Wernigerode ist eine Stadt im Landkreis Harz. Nach Hermann Löns wird Wernigerode wie beispielsweise im offiziellen Stadtmotto auch als die bunte Stadt am Harz bezeichnet. Geografie Geografische Lage Wernigerode liegt an der Nordostflanke des Harzes, etwa 12 Kilometer ost-nordöstlich des Brockens. Hindurch führen die Bundesstraßen 6 und 244 sowie die deutsch-niederländische Ferienstraße Oranierroute. Zudem verläuft die Eisenbahnstrecke Halberstadt-Fienburg, die Halle und Hannover verbindet durch die Stadt. Südwestlich liegt das Waldgebiet Landmann. Durch Wernigerode fließt die Holthem in die Unweit des Western-Tores der Zillierbach mündet, der unmittelbar vor der Einmündung auch Flutrenne genannt wird. Ferner fließt nördlich der Stadt der Barenbach durch mehrere Teiche und mündet im Ortsteil Minzleben in die Holthem. Der historische Stadtkern besteht aus Altstadt und Neustadt. Zum Stadtgebiet zählen außerdem Hasserode, Nöschenrode, die Wohngebiete Stadtfeld, Burgbreite, Harzblick und Charlottenlust sowie die Ortsteile Benzingerode, Minzleben, Sielstedt, Schierke und Redeber. Die West-Ost-Ausdehnung des Stadtgebiets mitsamt den eingemeindeten Ortsteilen beträgt 22 Kilometer, die Nord-Süd-Ausdehnung 14 Kilometer. Die Kernstadt liegt auf etwa 257 Meter Ü. In Hain, der höchste Punkt des Stadtgebiets ist mit 1141,2 Meter der Gipfel des Brocken. Der tiefste liegt auf etwa 215 Meter Höhe. Mitten durch Wernigerode zieht die Harzer Nordrand Verwerfung. Wernigerode gliedert sich in die Kernstadt einschließlich der vor 1994 eingemeindeten Orte Hasserode und Nöschenrode und in fünf Ortschaften mit. Ortschaftsräten für die ab 1994 eingemeindeten Orte Benzingerode, Minzleben, Redeber, Schierke und Sielstedt. Weiterhin gehört die Ortschaft ohne eigenständige Verwaltung 3 Annenhohne zur Stadt Wernigerode. Klima Wernigerode befindet sich im Übergangsklima der gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 9,5 Grad Celsius. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge 500 Millimeter. Die wärmsten Monate sind Juni bis August mit durchschnittlich 16,0 bis 18,3 Grad Celsius und die kältesten Dezember bis Februar mit 1,1 bis 2,1 Grad Celsius im Mittel. Mit durchschnittlich 54 Millimetern fällt der meiste Niederschlag im Juli, der geringste mit 30 Millimeter im Februar. Das Klima, genauer die Niederschlagsmenge und Temperatur wird durch den vom Mittelgebirge herzverursachten Steigungsregen beeinflusst. Da die Stadt auf der Regenschattenseite des Harzes liegt, kommt dort weniger Niederschlag an als in ähnlichen klimatisch gemäßigten Regionen ohne einen Schutz durch ein Gebirge. Durch den dabei gelegentlich entstehenden Föhn kommt es außerdem zu einer Temperaturerhöhung. Nach DIN 1055 ist Wernigerode in die Schneelastzone 3 einzuordnen. Geschichte Entstehung der Stadt über die genaue Entstehung des Ortes gibt es keine schriftlichen Quellen. Nach neuesten Forschungen bestehen keine wie durch Eduard Jakobs und Walter Große angenommen ursprünglichen Beziehungen zum Kloster Covey und dem dortigen Abtwarin, sondern der Ortsname weist vielmehr auf eine geschützte Rudungssiedlung hin. Erstes Siedlungsgebiet war der Klint, wo sich eine Niederungsburg befand, die sogenannte Schnakenburg. 1805 wurden die Reste dieser Burganlage abgebrochen. Als Teil davon ist nur noch das Haus Gartenstedt aus dem Jahre 1582 erhalten. Zu Zeiten der ersten Siedlung befand sich auf der Anhöhe des Klints noch der harztypische Urwald, der erst gerodet werden musste, daher auch der Namen Staelrode. Der Ort wurde 1121 erstmals urkundlich in Zusammenhang mit dem hier ansässig gewordenen Grafen A. Deibert zu Heimer aus dem Gebiet nahe Hildesheim, erwähnt, der sich fortan Graf von Wernigerode nannte. Am 17. April 1229 wurde der Siedlung das Stadtrecht nach dem Vorbild von Goslar verliehen. Im Jahre 2004 feierte Wernigerode das Jubiläum der Verleihung des Stadtrechts vor 775 Jahren. Durch Zuzug neuer Bewohner aus den umliegenden Dörfern bildete sich im 13. Jahrhundert am nordöstlichen Rand der alten Stadt eine neue Siedlung, die spätere Neustadt eine Ackerbürgerstadt, die außerhalb der Umfassungsmauer der Altstadt lag. Die Johanniskirche wurde als Pfarrkirche der Neustadt Wernigerode im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts im romanischen Stil gebaut. Nach dem Aussterben der Grafen von Wernigerode in männlicher Linie durch den Tod des Grafen Heinrich 1429 wurde Wernigerode Sitz der Grafen zu Stolberg, die über Jahrhunderte hier die Oberherrschaft ausübten. Im Bauernkrieg 1525 wurden mehrere umliegende Klöster geplündert und teilweise zerstört, so insbesondere das Kloster Himmelpforten im heutigen Stadtteil Hasserode. Plünderung im Dreißigjährigen Krieg und Zerstörungen durch Brände brachten großes Leid über die hier ansässige Bevölkerung. Etwa 20 Menschen wurden in Wernigerode in Hexenprozessen von 1521 bis 1608 nachweislich zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Zu den Opfern der Hexenverfolgungen gehören Mette Fliss aus Drübeck und Katharina Bernburg aus Roersheim. Ab 1658 bestand in der Stadt das gräfliche ab 1893 fürstliche Konsistorium Stolberg-Wernigerode, ein Mediat-Konsistorium für die Leitung der Lutherischen Kirche in der Grafschaft Wernigerode. Die Lutherischen Kirchengemeinden im Gebiet der Grafschaft gehörten nach der Gründung der unierten Evangelischen Kirche in Preußen 1821 zu deren Kirchenprovinz Sachsen. Das Mediat-Konsistorium jedoch bestand mit regionaler Zuständigkeit für diese Kirchengemeinden noch bis zur Auflösung 1931 fort, unterstand aber dem provinzialen Konsistorium in Magdeburg. 1714 musste Graf Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode in einem Rezess die Oberhoheit Brandenburg-Preußens über die Grafschaft Wernigerode anerkennen. Von 1807 bis 1813 war Wernigerode in den Stadtkanton Wernigerode des Königreichs Westfalen integriert, bevor die Stadt dem neu gebildeten preußischen Kreis Osterwijk der preußischen Provinz Sachsen zugeordnet wurde. Erst nach Einspruch des Grafen Henrich zu Stolberg-Wernigerode wurde Wernigerode 1825 wieder Sitz eines eigenen Landkreises innerhalb des Regierungsbezirks Magdeburg. Am 29. März 1847 fiel ein Teil der Stadt, vor allem das Heideviertel, einem großen Brand zum Opfer. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte in Wernigerode neben dem Tourismus die industrielle Entwicklung ein, die zu einem wesentlichen Aufschwung der Stadt als Tourismuszentrum und Wirtschaftsstandort führten. 20. Während des Zweiten Weltkrieges wurden in den Rautalwerken GmbH, die 1938 zu einer modernen Leichtmetallgießerei ausgebaut worden waren, Zulieferteile für die Rüstungsindustrie gefertigt, vornehmlich durch Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Diese lebten in einem Barackenlager am Ziegenberg. 1942 wurde ein weiteres Barackenlager am Weckenstädter Weg 23 errichtet, das 1943 zu einem Außenlager des KZ Buchenwald umfunktioniert wurde. Von anfänglich 95 Häftlingen steigerte sich die Belegung bis auf 800 Personen, die vor allem beim Bau von Luftschutzstollen am Galgenberg eingesetzt wurden. Die Häftlinge vom Weckenstädter Weg wurden im Dezember 1944 in das Lager Steinerne Renne verlegt, das im Stadtteil Hasserode von den Wernigwerken genutzt wurde. Sie gehörten zum Produktionskomplex des Dessauer Junkers Konzerns, der 1944 die Genehmigung bekam, einzelne Abteilungen aus Magdeburg und Köthen in die Gebäude der Agentar Schokoladenfabrik im Wernigeröder Vorort Hasserode zu verlegen. Dort sollten Teile des Strahltriebwerks Jumo 004 hergestellt werden. Die 500 Häftlinge wurden kurz vor Eintreffen der US-Truppen in Richtung KZ Theresienstadt in Marsch gesetzt, wo nur noch 57 lebend ankamen. Am Brockenweg 1 befand sich vom 1. September 1937 bis zum 13. Mai 1945 das Lebensbornheim Harz, das von der SS-Organisation Lebensborn e.V. betrieben wurde. Während der Bigwig griffen B-17-Bomber der USAAF am 22. Februar 1944 die Stadt als Gelegenheitsziel an. Bei dem Luftangriff mit 19 Maschinen kamen über 200 Menschen zu Tode. Viele Gebäude der Stadt in der Neustadt rund um die Johanneskirche wurden zerstört. Darunter auch das repräsentative Brau- und Bürgerhaus Breite Straße 78, dessen beide obersten Geschosse nicht wieder errichtet wurden. Der Westteil der Orangerie wurde schwer beschädigt. Anfang April 1945 erhielt Oberst Gustav Petry als Stadtkommandant den Befehl, die Stadt gegen die anrückenden Einheiten der US-Armee zu verteidigen. Da er diesen Befehl verweigerte, konnte die Stadt fast kampflos übergeben werden. Petry wurde daraufhin am 12. April bei drei an den Hohne standrechtlich erschossen. Die Stadt blieb unversehrt. Martin Kilian S.E.D. vom 24. Oktober 1962 bis 1990, Herbert Teubner CDU 1990 bis 1991, Horst-Dieter Weihrauch CDU von 1991 bis 1994, Ludwig Hoffmann SPD von 1994 bis 31. Juli 2008. Peter Gaffert parteilos seit 1. August 2008. Eingemeindete Orte Benzingerode, Hassaode, Minzleben, Nöschenrode, Redeva, Schiecke, Sielstedt, Einwohnerentwicklung, Gedenkstätten, Ehrenanlage für die Verfolgten des Naziregimes und für zahlreiche Kriegsgefangene, abgestürzte US-amerikanische und britische Flieger sowie Frauen, Kinder und Männer, die während des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland verschleppt und Opfer von Zwangsarbeit wurden, Gedenkstätte und Gedenktafel am ehemaligen KZ-Außenlager Steinerne Renne der Wernig Werke für die Opfer von Zwangsarbeit, Gedenktafel an der Villa Russo für die ehemaligen Besitzer Clara und Benno Russo, einen jüdischen Fabrikanten und seine Frau, die 1943 im KZ Theresienstadt bzw. im KZ Auschwitz Birkenau ermordet wurden, Gedenktafel von 1993 am Rathaus zur Erinnerung an die verfolgten Juden der Stadt, Grabstätten und Gedenksteine von 1952 auf dem Zentralfriedhof für neun unbekannte KZ-Häftlinge, die im April 1945 bei einem Todesmarsch vom Außenlager Harzungen des KZ Dora Mittelbau von SS-Männern ermordet, auf dem Bahnhofsgelände Minzleben verscharrt und 1952 auf dem Zentralfriedhof begraben wurden, Mahn- und Gedenkstätte Wernigerode-Weckenstädter Weg 43, Politik, Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgender Verteilung der 40 Sitze im Stadtrat, CDU, 15 Sitze, SPD, 11 Sitze, Linke, 8 Sitze, Grüne, 3 Sitze, Wählergemeinschaft Haus und Grundwernigerode, 2 Sitze, Piraten, 1 Sitz, FDP, 0 Sitze, NPD, 0 Sitze, Hauptartikel, Blasonierung, Die älteste erhaltene Darstellung des Wappens der Stadt Wernigerode befindet sich auf einem Siegel an einer Urkunde von 1309, die Farbgebung taucht im 16. Jahrhundert auf, das Fallgater im oberen Dreipassbogen erscheint erstmals in einem Stadtsiegel von 1610, die Wappensymbolik ist wie bei allen Wappen heraldisch zu interpretieren, die Burg ist nicht das Abbild des Schlosses sondern versinnbildlich die Wehrhaftigkeit der Stadt, Die heute im Wappen geführte Forelle ist einem der von den Grafen von Wernigerode geführten Wappen entlehnt, das zwei Fische zeigt, Städtepartnerschaften Wernigerode pflegt Partnerschaften mit Italien-Kapi seit 1964, dieser Partnerschaftsvertrag wurde 1991 aufgrund der neuen politischen Lage inhaltlich erneuert, Deutschland-Neustadt an der Weinstraße seit September 1989, die jährlich stattfindenden Wein- und Bierfeste, das Neustädter Weinfest in Wernigerode und das Wernigeröder Bierfest in Neustadt sind zwei Beispiele für den kulturellen Austausch zwischen den Städten, Rumänien-Cisna-Di-Heltau in Siebenbürgen seit August 2002, diese Partnerschaft soll den Menschen in Siebenbürgen vor allem bei der Integration in die EU helfen, Erwähnenswert ist hier die Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die in allen Teilen der Welt durchgeführt wird, Vietnam H.O.I.N. Vietnam seit Juli 2013 mitsehen.